49-jährige Radfahrerin ist von Germendorf hier auf der Germendorfer Allee in Richtung Oranienburg gefahren, wollte hier die Überführung über die B96 benutzen und an der hinter mir stehenden Ampel stand der Lkw, wollte ebenfalls abbiegen auf die B96, die Radfahrerin wollte geradeaus fahren und als beide Grün gekriegt haben, ist die Radfahrerin unter das Vorderrad von dem Lkw gekommen. Wir haben gerade mit dem Staatsanwalt gesprochen, wir haben ein Gutachten angefordert, wird also gleich ein DEKRA-Gutachter kommen, der also hier die Unfallstelle und die Fahrzeuge begutachtet und dann werden wir alles Weitere in den Ermittlungen sehen. Die Radfahrerin ist schwer verletzt, wurde ins Unfallklinikum Marzahn geflogen. Natürlich ab, wie für die B90, die parcouru geplant haben, wie die A4-Gutachter kommen. Alles zuerstört, wie die B90-Kunzg genauen, wie die B90-Kunzg genauen ist. Vielen Dank.